Die Redezeit der Staatsregierung beträgt nach der Geschäftsordnung 24 Minuten. Die Redezeit der Staatsregierung orientiert sich dabei an der Redezeit der stärksten Fraktion. Und die erste Rednerin ist die Kollegin Schmidt, bitteschön. Werte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Freien Wähler wollen eine Gruppe Menschen Gehör verschaffen, denen ihr Grundrechte auf bayerischem Boden offensichtlich verletzt werden. Es geht um die Bediensteten des Europäischen Patentamts. Die halbe Belegschaft geht fast monatlich auf die Straße. Still, schweigend, ruhig. Und warum schweigend, weil sie nichts sagen dürfen, weil ihre Arbeitsplätze gefährdet sind. Es geht um die Reform im bayerischen Patentamt. Diese Begleiterscheinung, dass diese Mitarbeiter so ruhig geworden sind, viele Begleiterscheinungen herbeigebracht hat. Der jetzige Präsident Battistelli versucht, ein neues System durchzusetzen. Man weiß, dass Arbeitsrechte nicht eingehalten werden, die für Bayern, für Deutschland und ja für Europa gelten. Das europäische Patentamt ist immun, hat die Immunität. In der Reportage des Bayerischen Rundfunks wurde das auch erschütternd aufgezeichnet. Ein ehemaliger Verfassungsrichter, Siegfried Brost, hat diese Defizite auch schon lange benannt. Was die arbeitsrechtliche Stellung der Bediensteten angeht, sind sie außerhalb des deutschen Rechtes. Die Personalvertretung wird nicht angehört und es gibt keinerlei erzwingbare Mitwirkungsrechte. Und der Bund möchte seine Empfehlungen abgeben, das sofort zu ändern. Bloß dieser Präsident hat es nicht geändert, weil er sich da nicht gebunden fühlt. Überhaupt kann sich der Präsident über alles hinwegsetzen. Siegfried Brost hat auch ein Beispiel genannt. Ich zitiere, wenn man bei sowas wegschaut oder wenn man sowas will, hätte man dieselbe Rechtsgrundlage, ein Guantanamo auf deutschem Boden zu errichten. Also das ist ein Zitat des Verfassungsrichters. Es sind nicht nur die Stimmen einzelner Rechtsgelehrten, auch innerhalb der Europäischen Union wurde beim Gerichtshof in Den Haag am 17. Februar in zweiter Distanz geurteilt, dass es offenkundig Defizite im Arbeitsrecht im Europäischen Patentamt gibt. Ich finde überhaupt nichts lustig, man weiß, dass sich drei Mitarbeiter in München umgebracht haben. Das geht im Ganzen voraus, dass die Mitarbeiter und die Kollegen auf die Straße gegangen sind. Das Urteil blieb absolut folgenlos. Der Vizepräsident hat sich dann vor die Kamera gestellt und hat gesagt, ja, dieses Urteil ist da, aber wir werden es nicht umsetzen. Wir genießen Immunität. Das Patentamt hat ein internes Rechtssystem, bei dem der Herr Präsident Staatsanwalt, Verfahrenspartei und Richter ist. Also alles in einer Person, da gibt es keinen Rechtsschutz. Herr Battistelli hat auch einige Grundrechte aufgehoben. Also kein Mitarbeiter hat das Recht zu schweigen oder das Recht auf einen Anwalt, aufgrund dieser neuen Verordnungen. Nach aktuellen Informationen werden sogar Arbeitnehmervertreter zensiert, indem keine Massenmails mehr verschickt werden dürfen an die Kollegen. Der Verwaltungsrat als Kontrollorgan ist ausgesetzt. Unser Bundesjustizminister ist Mitglied im Aufsichtsrat des Europäischen Patentamtes, bekommt aber nur Unterlagen zu Gesicht, die vom Präsident gesammelt, erstellt und vorgelegt wurden. Der einzige Berichterstatter ist der Präsident. Meine Damen und Herren, unsere Information nach zu urteilen, sind die Personalvertreter alle mit Disziplinarmaßnahmen bedroht oder auf sie verhängt worden. Alle Personalvertreter. Also bei uns in Franken sagt man, das hat ein Geschmäckler, ein absoluter Geschmäckler. Bei diesen Menschen geht es um die Existenz. Ich höre immer wieder, dass die gut verdienen und dass sie super Arbeitsbedingungen haben. Aber selbst ein BMW oder VW-Aufsichtsratsvorsitzender wird niemals seine Grundrechte, seine Arbeitsrechte gegen Geld veräußern. Kollegin Schmidt, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich bitte Sie, schauen Sie auf die Bayerische Verfassung, die Sie sich verpflichtet haben, auf unser Grundrecht und auch auf die Europäische Menschenrechtscharta. Und schauen Sie, dass wir hier auf bayerischem Boden Menschenrechteeinheiten, Arbeitnehmerrechte und ich bitte Sie darum. Dankeschön. Danke.